Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Re-Infected. Die Woche neigt sich dem Ende zu. Es ist Freitag. Wochenende steht vor der Tür. Heute noch ein bisschen und dann geht's. So, wir werden einen Schluck trinken. Ich möchte gerne tatsächlich hier noch eine Wasserentnahmestelle haben. Ober links, ober rechts ist mir egal. So, hier. So, wir machen das so. So, was brauchen wir? Viermal Alu, zweimal Kopfer. Viermal Alu. Also achtmal Alu, viermal Kopfer. So, dann Kopfer. Und 1400 Bretter, aber die holen wir gleich. So. So. Da, 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 da. So. Nein, den drehen wir auch so rüber. Ah, gut. So, und dann 20 Brettchen. Ja. 20 Brettchen. Der Schnee ist weg. Der Schnee ist weg. 20 Brettchen. Das ist keine große Kunst, 20 Brettchen zu sammeln. Ah, da hinten schon ein Körbis. Ein Körbis. Da. Wie cool. Wie cool. So, 20 Brettchen, aber vorher würde ich mir den Körbis holen. Entweder selber schnabulieren oder dem Gruppen Mike in die Kiste legen. Ich würde ihn aber echt selber essen. Der erste Körbis des Jahres. Yeah. So, wir haben gesagt 20 Brettchen. Ich nehme einfach alle. Wie viele Brettchen wollen Sie? Ja. So. Da laufen wir mal vor. Das müssen wir alles abräumen dort noch. Mike macht das irgendwie nicht. So. Super. Wunderbar. Wunderbar. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, die sind noch nicht fertig. Die sind noch nicht fertig. So. Was passiert, wenn wir jetzt Mike sagen, Mike, tu was. So, mach was mit dem Pflanzen. Was geschieht dann? So. Den würde ich wegstellen. Ich nehme mich hier vor die Tür. Den würde ich wegstellen, nehme ich hier. Der Dinger kommt doch gleich. Der ist doch gleich da. So. Hier vor die Tür. Ist halt blöd wegen dem Balkon, finde ich. Das ist schade, weil da muss man ständig gießen. Was machen die da? Jump, jump. Ja, egal. Egal. So, das kommt da her. Das kommt da her. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die da am, am, am. Ja, vielleicht sollte man die einfach da herstellen. So. Bei unterm Balkon, da müssen wir die ständig gießen. Das kann doch auch nichts auf Dauer, ne? So. Und ehrlich gesagt, das mit dem ständig gießen, dann läuft Mike immer hier rum und gießt. Das will keiner. Auch Mike will das nicht. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat gemeint, nö, nö, den kannst du da gießen. War also nicht begeistert. Nicht wirklich. Dann hat er irgendwas gefasert von Gehalt. Ich dachte mir, Gehalt, wieso? Der kriegt ja gar keins. Dann haben wir da. Keine Ahnung, wo wir die hinstellen. Man könnte es zum Beispiel so in die Schräge rein. Ist das so jetzt so? So, ja. Ist das so? Ja, ist es. So, dass man hier die Schräge nutzt. Aber, ja. Wir testen das mal nur, ob uns das überhaupt gefällt. So. So wie Parkanlage. Nö. Naja. So. Dann holen wir uns mal hier. Wunderbar. Da sind keine mehr dringenden Samen. Das ist gut. Keine Samen mehr. Keine Samen mehr. Keine Samen mehr. Kartoffeln sehen doch irgendwie wie Blumen aus, oder? Aber will ich das wirklich so ist? Ach ja, komm. Wir machen das. Kartoffeln. Nein. Moment. So. eins, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung wie viele das sind. Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Hm. Okay. So. Und hier? Nein. Hier. Hier. Wir werden einfach die Algen mittel. Der Körbis sieht doch auch gut aus. Wenn wir hier zum Beispiel Körbis. Körbis. Und Körbis. So heißt Deko Körbis. Der Deko. Und hier eine Melone. Noch mal Körbis. So. Dann hätten wir hier. Melone. Melone. Da haben wir die. Dann machen wir wieder die. Dann machen wir wieder die. Dann machen wir wieder die. So. Und da vorne einfach zwei Körbis. Jetzt haben wir gar keine Kartoffel gepflanzt hier. So. Schauen wir mal, was er zu tun hat. Repariere Sachen. Boah. Kümmere dich um die Biete. Ah, super. Der ist leer. Mike. So. Dann gehen wir nochmal rauf. Sag mal, hat der da aufgefüllt? Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, da ist alles drin. Ja, herrlich. Super. Was haben wir noch hier? So, Brettchen Feen da noch. Die haben wir da auch schon reingefüllt. Oh, wir holen uns Brettchen. Wir holen uns Brettchen. Ja, super. So. So, Brettchen sind alle da. Müll nehmen wir mit. Das werden wir essen. Das werden wir auch essen. Hä, hä, hä. Bin ich gespannt, wie sich Mike versorgt. Lassen wir ihm den Müll da in der Bude liegen. So, Brettchen haben wir ja dabei. Die füllen wir da ein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ups. So. Und jetzt haben wir Becken. Nehmen wir hier. Eins. Und zwei. Jetzt können wir da zu machen, einmal. Jetzt können wir hier, da, einmal. Zweimal. Und dann ist der Stock auch schon bereit. Zweimal, dreimal. So. Und. Ja, ja. Yeah. Yeah. So. So. Mike, ich würde echt gerne wissen, was du jetzt... Ach, du machst hier weiter. Du bist aber ein Flinker. Ja. So. Wir machen da. Wir machen da. Wir machen da. Und wir machen da. So. Die restlichen Samen können wir schon alle wegräumen. Sehr gut. So. Und es ist offen. So. Da kommt das rein. Tür zu. Und da haben wir noch Körbissamen. So. Gorka. Gorka. Mais. Schauen wir mal. Dreimal, viermal. Sehr gut. So. Kartöffel. Kommt da rein. Kartöffel kommt da rein. Jawohl. So. Super. Tür schließen. So. Eins, zwei, drei. Bam. Eins. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Yeah. Eins, zwei, drei. Bam. Yeah. Oh, wie super. Endlich wieder. Es funktioniert. Es funktioniert. So. Was auch immer Mike hier tut. Er macht es mit echtem Engagement. Aber der füllt alle an. Der füllt alle an. Das ist super. Ja. Da ist halt nichts angefüllt. Na toll. Toll, Mike. So. Da können wir inzwischen auch schon wieder zu machen. Wer macht hier die Türen dauernd auf? Okay. War das ich? So. Wir machen einmal in hier, einmal in hier. Und starren dann hier in die Kiste. So. 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 Leere Dosen. Yeah. Die kommen da ein. Leere, leere. Und hier geben wir mal volle rein. Super. So. Eine haben wir bei uns. Einen Schluck. Einen Schluck nachtrinken. So. Aber jetzt könnten wir eigentlich. Ernte. Wir ernten jetzt ein paar. Und die werfen wir dem guten Mike einfach hinten in die Kisten rein. Oh. Das will er noch nicht. Er hat Gorken zu essen. Hey. Tiri. 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 So. Ja. Ich habe den Maisgolden gesehen. Ist so. So. Dann fangen wir mal an. Gorki. 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 So. Mais. 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 Ich dachte schon, er hat die Tür offen gelassen. Dann haben wir noch Kartöffel, dann würde ich sagen, haben wir die ganze Seite hier geerntet, der Rest ist für Mike. So, finde ich gut, Tür zu und ab zu Mike ins Häuschen, ach wie schön, so, wunderbar, da haben wir einen Maiskolben, so und da ist ein bisschen vom Kartöffelchen, Kartoffel unten am Wasser, komm den pflanzen wir auch noch ein, da haben wir ja so viele, wobei, müssen wir das, oder holen wir die einfach, die könnten wir auch aufholen, nein, wir pflanzen die ein, dann freuen wir uns, ja, dann freuen wir uns, so, machen wir das, so, und der letzte, ja, da kann er sich kümmern, wenn er Spaß dran hat. Der gute Mike, dann ist natürlich eine Frage, was kostet die Batterie, platzierbarste da rum? 5 Bleibaren, das ist natürlich viel, vor allem, wir haben kein Blei, also ist das echt viel, so, dann rein mit uns, alles mal raus, wir bereiten vor, für die nächste Tranche, so, voll, voll, oh Gott, das ist alles voll, so, mit dem laufen wir jetzt nach oben und schauen, ob oben noch was fehlt, am Windrad oder so, ob man da wirklich noch so Kugel viel brauchen, ja, 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 okay, es ist doch noch viel Kugel, ist schon wieder vorbei, ist schon wieder leer alles, ach, super, naja, so, so, kurzer Blick auf die Uhr, es ist Zeit, dass wir uns den Hammer schnappen, den Verwässerungshammer, und wenn wir nicht Ziegel anbringen, wir haben den Verwässerungshammer, so, Franglons ist voll, okay, so, wir fangen hier bei der Werkstatt an, so, dann in den oberen Stock mit uns, okay, neue Ziegel müssen her, sehr gut, dann schauen wir wie weit wieder rumkommen, einmal rum, okay, na, da ist er wieder, der Dicke mit seinen Freunden, ja, ja, ich bin da, hier, Ja, ich bräuchte mir Ausdauer, mein Lieber, Ausdauer, mein Lieber, Ausdauer, mein Lieber, Plastik, sehr cool, so, Plastik nach unten, dann würde ich sagen, wir nehmen nochmal Kobalt mit, so, da sind wir noch nicht ganz fertig, da brauchen wir noch, dann nehmen wir Kobalt mit und vervollständigen oben, so, ich packe das mal da rein, so, wir haben eh Nummer 20, zu verwarsten, ja, die restlichen würden ja jetzt im Ding rumliegen, in den Trockengittern, trocken gestehen, äh, okay, so, so, da schnappen wir uns hier noch, so, probieren, So, dann holen wir uns den nächsten Zement, jawohl, läuft. Läuft, 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 läuft. Super. So. Passt. So, Verbesserungshammer sind wir durch, dann würde ich sagen, wir verfolgen den Plan weiter, bringen Kobalt nach oben und ein bisschen Eisen vielleicht auch noch, aber Kobalt wäre ganz wichtig. So. So. Gut. Noch mal ihn. Nicht Eisenachst. So, Speer. Ein wenig anschleifen. Super. So, Kobalt. Wahnsinn. Wir machen diesen hier. Auf den Punkt, auf den Punkt, da ist er ja. Da ist er ja. Ach komm. Wegen einem Fae jetzt. Ist das ein... Okay, ich stelle im Fae. So. Hast du mich erschenkt, mein Freund? Hast du mich erschenkt? So, da wird jetzt Blei, gut, Eisen, ja. Blei, Eisen. Gut, Alu sowieso. Das ist nicht so das Problem, aber ich glaube, mit Kobalt sind wir jetzt da, sind wir jetzt durch. Wir schauen noch mal. Kobalt ist durch. Kobalt ist durch. Wir sind mit Kobalt fertig. Das ist ja super. Kobalt ist durch. Wir brauchen kein Kobalt mehr für die Windräder. So, wir haben ein bisschen Blei noch zu verteilen. Jawohl. Und ein bisschen Eisen. Das war zu viel. So. Das werfen wir da oben noch rein. Sehr cool. Mike, Mike, Mike. Sehr cool. Ich hätte mich gern, dass wir mit Eisen und Kobalt durch sind überall und dann nur noch Alu und Blei fehlt. Das wäre echt, echt schön. So, ich glaube, es ist erfolgt. Super geplant, gell? Egal. So, reistliches Alu packen wir noch nach oben. Blei haben wir keines mehr. Das müssen wir gesondert holen. Also, Alu gibt schon eine ganze Menge. So, wir packen mal den Pfeil auch weg, damit er nicht so im Inventar rumliegt. So. Hallo. Nur sich jetzt halber. So. Sehr schön. Jetzt wird uns irgendwann mal der Dicke über den Haufen rennen. Also, wir fangen hier an. Punkt ist da. So. Das war's. Super. Super. Na, viel ist es nicht mehr. Blei und Alu. Und das werden wir erledigen können. Das werden wir erledigen können. Ist das? Super. Ja, ja, jetzt kommt er wieder mit der Mülligkeit. Warum ist hier die Tür offen? Macht er die nicht zu? Der Rute meint er. Hm. Schaut gut aus mit dem Kürbis, Zierkürbis. Gut. Guter Zierkürbis. So. Gorka. Mais hat er weggegessen. Sag mal, schlichtet sich der das um? So, Gorka. Wir schlichten sie ihn jetzt nochmal so rein. So. Mais. Und hier die Kartöffel. Und hier die Kartöffel. So. Und da würde ich ihm halt Fleisch oder so, wenn wir noch eins frei hätten. Hammer war nicht im Moment. Deh, 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 deh. So. So. Wir nehmen das mal auf. Wir nehmen das mit und mit. Kann man auch gleich rüberbringen. Er wird jetzt alles aufessen. Ich glaube schon, dass alles aufessen wird. Naja. Warum nicht? Er ist ja ein guter. Einer von den guten. So. Super. So. Kriegt er viel Fischfleisch wegen der guten Omega-3-Fettsäuren. So. Ab oben. Den lassen wir da mal kurz stehen. 43 Windtourwienen schon. Super. Verfügbarer ist um 510. Hätten wir jetzt Blei, Wird nur super toll Batterien-Sachen-Dinge machen können. Mhm. So. So. Und eins, zwei, drei. Alles. End ohne. So. Den Rest soll Mike selber holen, oder? Also wir warten natürlich noch ein bisschen. Vielleicht macht er es ja. Vielleicht macht er es auch nicht. So, meine Lieben. Das war es vorerst mal für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.